Und dann ist heute ein ganz besonderer Tag. Ein ganz besonderes Konzert ist dieses, das hier stattfindet. Wer in Dachau lebt, der wird um den Leierkasten und um die Veranstaltung, die der Leierkasten Dachau veranstaltet, nicht drum herum brauchen. Das tut der Leierkasten schon seit 30 Jahren und das ist heute das 1.000. Konzert. Ohne Quatsch, das 1.000. Konzert. Und wir wollen dem Leierkasten und dem gesamten Tiefenleierkasten sehr herzlich gratulieren. Hier kommen die ganzen Menschen, die das Leben machen. Und wir haben was vorbereitet. Ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen, ja? Ok? Ich erklär's dir. Ok. Warte. Warte. Und du bist dann die Liste, die du sagst! Malalala, 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 malalala. Malalala, malalala, malalala. Sollte Leute, das ist im Prinzip ganz einfach. Das ist der Celebration. Ich bin mir und hab das schon mal gehört. Ich mache das jetzt so. Die Frauen haben eine Aufgabe und die Männer haben eine Aufgabe. Und für die Frauen und für euch das jetzt zuerst. Wir dürfen ja nicht Das ist ganz leicht, das will ich einfach hören. Das ist gut. Und damit wir in der panorassischen Sprache drauf bleiben, singen wir hier früh. Alles klar, hier früh. Letzte Chance. Jetzt, achtet auf Basti. Alles klar, er achtet auf Basti und macht einfach, was Basti macht. Und zwar hier. So, jetzt wissen wir die Männer noch gar nicht, was los ist. Die Männer, die nach dem Volk ist, singen leider Karsten Dachau. Und zwar jetzt. Erst die Frauen mit Basti. Die Männer, die nach dem Volk ist, singen leider Karsten Dachau. Erst die Frauen. Die Männer, die nach dem Volk ist, singen leider Karsten Dachau. Die Männer, die nach dem Volk ist, singen leider Karsten Dachau. Die Männer, die nach dem Volk ist, singen leider Karsten Dachau. Alles Gute. Na ja Karsten Dachau. Die Männer, die nach dem Volk ist, singen leider Karsten Dachau. Die Männer, die nach dem Volk ist, singen leider Karsten Dachau. Die Männer, die nach dem Volk ist.